der 24 jährige kolo turi also wie man blickt qualität auf allen positionen viele legionäre und die neutralisieren sich bisher doch ziemlich oh ja das wird ein tor 1 0 für kamer und in abidjan ja doch das war sein achille pierwebo hat den fuß dran und erwischt sehr ganz kalt das schien eigentlich schon aus als wäre es vorbei kolo turi will eigentlich nur den mann weg sperren und dann kommt noch der fuß von webo ist das bitter sollte es wieder so ein böses erwachen geben wie 95 es war keine rausgespielte chance einfach mal vorne eingepasst und dann artistischer einsatz von achille pierwebo der einfach mal den lücker versucht und ihn schafft dritter treffer im fünften länderspiel blitzlaubere bilanz für den mann von osasuna da jetzt muss ich die elfenbeinküste sein einfallen lassen fehler auf der abwehrseite und rufen riechen schnitzer lässt sich den ball vom fuß angeln den muss er nur weg schießen da ist alles gebannt keine gefahr wollte zu locker machen hier die rome und dann aruna dindane behält die übersicht schön abgelegt und einmal ist er frei und sofort macht er sein ding das alphatier der kürste kurz vor der pause hier zum wichtigen 1 1 da sehen wir es noch mal erst wollte ihn zu weg durch lassen dann trifft er ihn nicht und dann wird er auch noch an der außenlinie stehen gelassen wie das berühmte richtig des ladungs städtchen ganz großer schnitzel vermuten gibt ja wo das 60 getan wie auch in der wm war die zuletzt das tor in den nachspiel sekunde in den letzten sekunden der ersten halbzeit für kamer und aus dem nichts und wieder haben sie gepennt bei einem hohen ball sich verschätzt der keeper und keiner stand hinten am langen posten und jetzt steht es auf einmal 2 1 wieder für die gäste was ist das hier für eine dramatik im stadion in abidjan da saß gerade so aus als würden die orangen hier das zweite tor machen nichts was wieder führt der gast ja und das kann ihnen auf der tribüne hier natürlich gar nicht gefallen dort waren sie hier ein denkmal didier trockbar bringt die elfenbeinküste erneut zurück ins spiel und ganz früh hier in halbzeit 2 da wir schon in der ersten halbzeit 7 oder 48 minuten hatten ist das jetzt hier wohl die 50 gewesen da wollen wir für die statistik auch ganz genau sein und hinschauen die die dort waren auch das kann er den ruhenden ball verwerten und der passt natürlich auch genau neben dem posten wunderbar getroffen da haben wir sie doch beide noch gesehen die herren vom hsv atuba bei kamerun und jetzt die dml bei den gastgebern die jetzt natürlich den schlussbücher bei sehnen und die elfenbeinküste gerät zum dritten mal in diesem spiel in rückstand erneut eine standard situation da kann man dem keeper da kann man gerag noch nur keinen vorwurf machen allerdings aber die 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 Untertitelung des ZDF, 2020